Hallo und herzlich willkommen beim TT Coach, eure App für ein erfolgreiches Tischtennistraining. Im zweiten Teil unserer Rückschlagserie beschäftigen wir uns mit einem kurzen Aufschlag und dem Kurz-Kurz-Spiel nach diesem. Wichtig beim Kurz-Kurz-Spiel sind die Vor- und Zurückbewegungen. Der Aufschläger beginnt mit einem kurzen Aufschlag. Will ich nun als Rückschläger einen kurzen Return spielen, so muss ich den Ball auf dem höchsten Punkt annehmen. Ich gehe mit dem rechten Bein unter den Tisch, mein Schlagarm wird länger und ich kann nun kurz ablegen. Wichtig ist, dass ich den Ball auf dem höchsten Punkt nehme, wie hier nochmal eingezeichnet. Ich lege nun den Ball kurz in Vorhand ab und locke den Aufschläger auch über den Tisch. Der muss auch einen Ausfallschritt nach vorne machen und hat nun in der tiefen Rückhand einen Schwachpunkt. Den könnte ich zum Beispiel ausnutzen. Schauen wir uns nun ein Beispiel von den Profis an. Wladimir macht einen kurzen Unterschnitt Aufschlag in Vorhand. Harimoto nimmt unorthodox mit Rückhand an, aber auch hier sieht man, wie er mit dem rechten Bein unter den Tisch kommt. Harimoto spielt nun einen kurzen Schupfball in Vorhand von Wladimir. Dieser retourniert wiederum mit kurzen Rückschlag und Harimoto muss unter den Tisch wiederum mit dem rechten Bein kommen. Harimoto hat nun einen Schwachpunkt in der tiefen Rückhand, da er wieder schnell zurückkommen muss. Wladimir spielt mit einem aggressiven Schupfball tiefen Rückhand und macht damit den Punkt. Wie in den Beispielen zu sehen ist, sind die Vor- und Rückbewegungen ein sehr wichtiger Bestandteil des Trainings. Wir werden uns in der App in dieser Woche als Schwerpunkt mit diesem Thema beschäftigen. Viel Spaß beim Training wünscht euch Rolf, euer Trainer beim TT-Coach. Zum Schluss noch eine Information in eigener Sache. Für alle, die die App TT-Coach mal testen möchten, bieten wir in dieser Woche auch ein Cyber Monday-Angebot an. Alle Jahrespläne sind um 50% reduziert. Zum Beispiel das TT-Spieler-Modul kostet dann nur 14,99 Euro für 52 Trainingswochen.